Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ballern wir eine Runde Piraten-Modus. Ja, es ist eigentlich ein Bad Wars, aber wir haben zwei Schiffe, wo wir uns gegenseitig abknallen müssen. Und in der Mitte vom Schiff haben wir hier einen Schatz, den wir verteidigen müssen, Freunde. Kleine Anmerkung, das ist FFA, weil wir das mit den Teams nicht hinbekommen haben. Ich bin mit Burak im Team und wir können uns gegenseitig töten. Also würde ich mal sagen, Burak. Und mit dabei ist der Old Man-Sage. Hallo, hallo, hallo. Hören Sie auf zu schlagen? Mr. Kid Mave? Haben Sie ein Drehscheiben-Problem? Ich glaube, sein Lachgetriebe ist kaputt. Nein, Bruder, mein Rad hinten dreht sich. Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir starten einfach. Let's go. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir in den Fight. Wir haben hier noch ein bisschen was angepasst und Old Man hat mir ein bisschen geholfen gerade. Wir haben jetzt, guckt mal hier, guckt mal hier. Oh shit. Burak, du weißt, es wird dein Main-Spot. Normal. Aber wir brauchen dafür erstmal gute Sniper. Das heißt, wir müssen uns erstmal erarbeiten. Einer von denen wird direkt in die Mitte rushen. Oh shit, ich habe die falsche geholt. Wer sagt das? Ich sag das, weil du das immer machst. Damit du überhaupt einen Vorteil hast, weil eben nicht da, dann wenigstens besser. Okay, okay. Komm, Burak. Wir regeln das. Bin da, ich bin da. Oh shit. Digga, ich wurde fast von dem Giftfein getroffen. Von dem Wasser sind Giftfein, damit man nicht einfach die ganze Zeit rumschwimmen kann. Hey, hallo, hallo, schießen Sie mich nicht an. Das ist... Hallo. Nein, Digga, was? Was war das für 3000 IQ-Play gerade von dir? Nein. Okay, sehr schön, sehr schön. Ich komme direkt. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich beschütze dich. Lauf, Digga, lauf. Hä? Ich sehe keinen, aber ich höre alle. Oh, du, man kommt mit den Dings Kanonen angeflogen. Burak, pass auf. Du musst verteidigen. Das ist mein Schatz. Den könnt ihr haben. Such den doch. Nein, ihr habt ihn ja schon gefunden. Nein, André, ich bin One-Shot. Wo bist du? Nein, nein, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin da, ich bin da. Burak, wo bist du? Ich bin tot. Ich komme, schnell hol ihn. Hast du damit nicht gelesen? Ich bin 31. Nein, ich bin... Warum bin ich so scheiße? Nice, Burak. Okay, sehr schön. Warte mal. Hä? Er ist unter uns, Digga. Er macht 4030 IQ. Nein. Ich habe ihn nicht runtergeschossen. Doch. Nee. Digga, er macht kranken Places. Ich bin da, ich bin da. Kelly, bitte. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Digga, er ist zu heftig. Man kann nichts nicht mehr machen. Lass aufgehen, Burak. Aufnahme ist vorbei. Nee. Hä? Ach so, auf einmal, Dings, unser Schiff ist auf einmal, Dings, wie nennt man das? Cyborg, oder? Digga, was hat er hier gemacht? Das Ding ist, man kriegt das nicht mehr kaputt, ne? Wir sind am Arsch. Okay, man weiß immer, wo Odomann ist, weil man seine Tastatur immer hat. Das Ding ist, ich baue gerade diese Scheiße zu und aus dem Bad ist Burak seine Tastatur. Ey, das war safe deine. Das war nicht meine. Das war zu 100% Burak seine. Das war's nicht. Ey, der kommt reingepflogen. Nein, er ist bei uns, Digga. Oh, Digga, was war das für ein Wut? Digga, der war unnummern krank, der Schuss. Nein, laber nicht. Ich habe dich gehört, Digga. Rumgetrampel gerade. Wo bist du? Hä? Hörst du auf Schnauzen? Ah, ich habe ihn gehört. Okay. Ey, Burak ist bei uns unterwegs? Ja, Nachmitt ist bei uns, aber man weiß nicht, wo er ist, Digga. Er macht Ninja-Tabi auf einmal. Hä? Er war doch gerade hier. Bin ich dumm? Ah, da bist du, Digga. Komm auf Schnauzen. Wie du bist bei meinem Schiff, Digga. Ich bin der Käpt'n, Alter. Das ist mein... Digga, er ist hier irgendwo, Mann. Ich spiele nicht mehr mit dir. Ich bin nur hier. Er hat mir einen Ruhl gegeben. Hat er dich getötet? Ja, Digga. Er hat mir gerade eine eklige Kombo gegeben, Digga. Er ist bei uns, wo man kaufen kann. Ah, okay, okay. Jetzt versteckt er sich erst irgendeine Türen, Tag. Ja, Burak, wie soll man denn hier rauskommen, wenn man keine Tür editiert? Man kann da nicht mehr raus. Okay. Nein! Okay, endlich ist er weg, Digga. Der Typ hat ja unnormal aufgeregt, Mann. Und keiner weiß, wo Odomann ist, Digga. Aber Digga, ich habe schon mal Zeit geschindet. Unnormal. Digga, er hat richtig Zeit geschindet, weil ich bin jetzt full equipped, Babys. Ja, bin ich nicht oder was? André, komm mal her, Digga. André, komm mal her. Ich bin mal Sugar-Baddy heute. Nein, ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, man kriegt Fallschaden. Digga, ich gehe jetzt hin und hau den auf Schnauzen. Die haben mich zu sehr aufgeregt. André, wenn du da bist, Bruder, ich habe ein Geschenk für dich. Okay, sehr schön. Ich denke, wie sind die Einzelnen gekauft? Odomann, hat das geschmeckt? Leicht. Hat das geschmeckt? Hat das geschmeckt, Baby? Überhaupt nicht, Digga. Das nicht? Ne, war gar nicht mein Geschmack. Ich fand, das war schon ein bisschen tasty, Digga. Bruder, bitte rasier sie. Die sind beide ein bisschen ungedamaged. Obwohl, Kid, das weiß ich gar nicht. Nein, jetzt fängt das wieder an, Digga. Hä? Tschüss. Diesmal nicht mein Lieber. Diesmal nicht mein Lieber. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Nein. André, komm schnell in die Mitte. Ja, ich bin richtig low. André ist one-hit. Ja, bist du auch so. Ich bin one-hit-wonder. Wunder, das kann dein Kaffee. Der macht sich die wie eine Armeise nur. Hab ich? Nein. Oh mein Gott, ich bin der dümmste Affe der Welt, Digga. Habt ihr das gesehen, Freunde? Das war so schlau. Nein, er kommt rüber. Er kommt rüber, wir müssen verteidigen. Er ist drüber, er ist wirklich drüber. Ähm, Odomann. Ähm. Wie kann ich hier raus? Er ist hier irgendwo. Lass mich raus. Egal, er kommt da nicht mehr weg. Wir gehen jetzt einfach. Ciao, Odomann. Viel Spaß da unten. Okay, er redet nicht. Das heißt, er hat eine Taktik. Aber ist egal. Nein, Kid Mev ist auch hier. Brudach, Digga. Ja? Wir sind am Arsch. Brudach, warte. Ich mach Dingens. Respawn. Dingens. Ich meine Dingens. Ich kann beamen wie bei Dragon Ball. Okay. Wo ist das Bett? Ey, er ist unten im Gift gestorben. Digga, ich bin unten im Gift gestorben. Bei mir ist wieder Kid Mev. Ich komm. Digga, Kid Mev macht wieder ganz komische Sachen. Ich tue das Bett. Er ist ganz unten. Digga, weißt du nicht, wo es ist? Junge, weißt du nicht, wo das Bett ist, Junge? Erst bei dir, andere Seite. Nein. Nein, wo ist das? Oh, okay, perfekt. Guck mal, was ich jetzt hab für dich, Bruder. Erst das. Warte, willst du noch was Besseres? Ja. Oh, die hab ich schon. Nein, die hast du umsonst gekauft. Egal, egal. Ich hab nur 270. Ja, das passt. Brudach, wir müssen dir jetzt was kaufen. Komm mal her. Du weißt, dass du nicht. Ja, was machst du mit zu? Digst du? Komm mal her, komm mal her. Hier? Warte. Hier. Du weißt schon, was du holen musst, Digga. Oh, shit. Wir brauchen gar nicht reden. Ja, dann ist die. Okay, den Werfer. Nein. Oh mein Gott. Oh, Mann ist low. Andreas ist low. Ich bin nicht low. Nein. Er hat einen Rocket Launch. Ahmed, wir haben verloren. GG. Double A, Digga. Wo ist er? Ja, Bruder, GG. Vorbei. Vorbei. Ich bin in den Gift. Digga, kill. Ah, okay, Oderman hab ich noch gekillt, bevor ich gestorben ist. Du schaffst das, Brudach. Ich geh vor. Ich muss jetzt weiter. Okay, der bei mir ist jetzt im Wasser. Ich hab ihn runtergebummt. Okay. Das ist unsere Chance, Digga. Nein. Ich hab keinen Rätwölfer bekommen. Ja, aber der hat sich runtergebaut. Nee, ich bin mit Dingens Kanone reingeflogen. Hello. Oderman kommt rüber. Oderman kommt rüber. Ist egal, wie kinst du dein Best? Oh mein Gott, ich hab ihn abgefangen. Nice. Hast du nicht, hä? Er ist wieder bei uns. Hä? Er ist durchgeflogen. Hä? Beide sind da. Beide sind da? Nice. Du schaffst das, Oderman. Du schaffst das Produkt. Bro, ich bin ins Wasser geflogen. Ich mach kaputt. Ich knister an. Bro, ich bin auch im Wasser, Digga. Oh mein Gott, hör ich sie? Seid ihr schon tot? Ja. Ey, Kidnapp kriegt keinen Schaden von mir. Ich geh vor, ich schieße. Er kriegt keinen Hilf. Ja. Ja, also ich finde, das war GG. Ja, war schön mit euch. Habt ihr das kaputt gemacht? Ja. Ähm. Laber nicht. Mach einfach zu, Oderman. Bau einfach zu. Ich würde sagen, hat geschmeckt. Äh? Ja, er kriegt kein Damage schon mehr. André hat unsere Mep auch weggemacht. Was? Äh, warte, warte, warte. Ganz kurz. Stopp, André. Spiel, stopp. Bevor du mich... Ja. Ehrenlos. Ehrenlos. Äh, warum ehrenlos? Das hast du auch auf mich geschossen. Jetzt warte, kurz. Ja. Ey, Spielstock. Okay. Egal, wo du bist, ich weiß nicht, wo du bist. Jetzt das Ding ist, wir haben eure Chests kaputt gemacht, ihr habt unsere Chests kaputt gemacht. Ja. Das heißt, jeder hat jetzt nur noch ein Leben und das machen wir mit der Spitz-HKW-Piraten, Digga. Okay, komm, in die Mitte, Digga. Komm, in die Mitte, Digga. Aber nur, wenn ihr Eier habt. Ich spawne jetzt einfach nicht mehr, ihr habt Falten gewonnen. Ja. Nice. Dead, 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 dead. Hast du von hier unsere Base ausgeschossen gerade? Von unserer... Bruder, guck mal, wo ich bin, guck mal, über dir. Hallo, Digga, von da. Immer wer Rache will, aber nicht treten. Ey, hört mal auf, jetzt kommt jetzt 101-Spitzhacke. 101-Spitzhacke, in die Mitte, komm. Oh, du, man setzt sich auf den Tisch, er braucht wieder extra Wurst. Nein, ich bin hier, komm. Oh, okay, das ist stark. Der Chef sitzt am Kopf des Sessels. Okay. Okay. Bruder, komm in die Mitte. Ich komme. Okay, ich komme doch wieder. Warte, lass mich kurz die Ansprache halten. Ich mache einen auf One Piece jetzt. Jungs, feiert in meinen neuen... Oder mach du das, mach du das, André. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt, und der ist in meinen Arsch. Du hättest besser, dass Schnauze halten sollen, Digga. Finde ich auch. Okay. Okay. Setzt euch, meine Bruder. Okay, Bruder, ich brauche Dings. Digga, ich häng mich mit dem niederen Volk, Digga. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den kleinsten Schatz der Welt versteckt. Der ist in den Kinnapsoße. Hey, hallo, hallo. Es geht nicht los. Okay, es geht los, Digga. 101-101-101. Achso, um ein Bound. Hä? Hau weg. Das ist FFA, Bruder, steig dran. Okay, er schießt. Everyone-101, Digga. Ey, er schießt, ey. Habt ihr jetzt Codex gebrochen? Ja, Dings, Kindelf hat angefangen. Gut. Ihr habt Codex gebrochen. Oh, shit, ihr habt richtig kassiert, Bruder. Das liegt alles an dir. Nur in deinem Raketenwehr vom Gibi. Beide Hobbs genommen, hintereinander. Hab ich gewonnen? Ja, GG. Fresh, fresh, Louis V Supreme. Warte mal, ganz kurz geworden. Freunde, er sagt Dings, Spitzhackenfeind. Wer schießt, geht neif. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs in der Beschreibung. Gebt mal ein Creditschon. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bon. Ciao.